Musik Ein herzliches Willkommen zu unserer kurzen Rückblende der ABF 2024 in Hannover. Da wir es von Berlin aus nicht so weit hatten, konnten wir schon am Freitagabend mit dem Wohnmobil in Hannover anreisen. Was uns hier auffiel, waren Wohnmobile des französischen Herstellers Floret Florium. Dieser Hersteller ist auch ein Mitglied in der Rapido-Gruppe. Neben den üblichen Verdächtigen wie Knaus, Dappert, Weinsberg, war auch Rapido, Detlefs und Malibu mit auf der Messe vertreten. Aus Werterhaltungsgründen haben einige Händler und Hersteller die Wohnmobile optisch abgeriegelt, sodass man nur mit Standpersonal eine Besichtigung durchführen konnte. Mit unserer neuen 360-Grad-Kamera und dem dazugehörigen Stick konnte man das natürlich etwas umgehen. Nach einem Kurzbesuch bei Malibu und Rapido sind wir dann in der Zubehörabteilung gelandet. Ein Stuhl ist ein Stuhl, ja, aber nachdem unsere Stühle schon etwas in die Jahre gekommen sind. Schatz, kommst du bitte mit? Nein, 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 wir brauchen keine Stühle. Schatz, ja, der gefällt mir auch, aber nein, wir brauchen keine Stühle. Schatz! Und hier eine kleine Übersicht zu dem fußläufig erreichbaren Wohnmobilstellplatz mit seinen 400 Rasenstellplätzen. Jeder Platz hat einen separaten Stromanschluss und der ist in der Regel mit 16 Ampere abgesichert. Diese grünen Gebäude sind die sanitären Anlagen mit Duschen. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Nachbarn!